Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Super, danke. Das passt alles. Ja, das passt. Das ist gerade mein Thema. Super. Alles Liebe, du. Bitte. Zuallererst möchte ich sagen, dein gestriger Chakrenausgleich war so super. Ich fühle mich so befreit und so leicht. Ganz, ganz toll. Danke, danke dafür. Als du die letzte Energieübertragung gemacht hast in der letzten Stunde, habe ich so stark mit die Energien abbekommen. Das war sagenhaft. Ach, habe ich ein Glück, Axel. Einmal gewählt und bei dir. Ach, wie schön. Das hast du alles gut erkannt und du darfst gerne mit mir und mit deinen Engelgehilfen arbeiten. Das mache ich sehr gerne. Da danke ich dir von Herzen. Gute Zeit. Ein Gefühl macht sich breit irgendwie. Das ist, ja, man sagt eine neue Hoffnung. Irgendwann eine Tür geht auf. Also das möchte ich nochmal sagen, weil jetzt unabhängig, dass du mir das jetzt gelegt habt, das mit diesen breiten Schultern, ich meine, man ist jetzt in so einem Alter, ich bin jetzt nicht mehr 18, ne? Ja. Aber genau das hat mir, original das gleiche, hat mir jemand anderes auch gesagt. Timo, ich wollte noch sagen, ich finde dich echt super. Dankeschön. Du bringst echt so einen frischen Wind rein. Ich finde es so toll. Danke, 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 danke. Schönes Wochenende. Ich wollte Ihnen einfach nur mal ein großes Lob aussprechen. Was Sie zu mir gesagt haben, ist wirklich eingetroffen. Und ich danke Ihnen, mehr will ich gar nicht. Oh, danke. Und danke, du bist wunderbar. Vielen Dank, sei gesegnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020